Wir spielen ein wirklich süßes, interessantes, lustiges, verrücktes Spiel, was wirklich mal so aus der Reihe ist. Nein, ich will kein Video gesehen. Und wir starten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch Spielstände drauf habe. Okay. Äh. Nein, Moment. Moment, da stecke ich um. Bis gleich. So, und schon können wir anfangen. Einmal ein rotes... Oh, hier. Ah, nein, kommt zurück. Nicht den Honig aufessen. Mmh, toll. Drei einzelne. So. Draufwerfen. Wenn man gut genug trifft, dann... Na. Das ist schon... Ne, Moment, es ist... Es ist ein... Oh, es ist einander nicht tot. Es sind zwei Pikmin hier gestorben. Da... Ah, hey, cool. Da oben ist... Oh, das ist interessant. Toll, du hast es allein aufgegessen. Äh, noch ein 20er für die Gelben. Oh, das ist ein... Oh, toll, eine. Eine Bombe hat er bloß gezündet. Ne, doch nicht. Zumindest... Doch alles. Egal. So, na, nein. Ja. Ich kann ja mal zeigen, wie Bomben bei Gegnern wirken. Ah. Toll, mit dem Kampf. Und dann ist es leichter, ihn zu besiegen. Hey, ein Teil mehr. Nova Blaster. Dies ist eine Waffe von ungeheuerlicher Zerstörungskraft. Nein. Ach, Gott sei Dank. Blaue Pikmin haben die coole Fähigkeit, äh... Andere Pikmin, die ins Wasser gefallen sind... Naja... Wieder... Äh... Aus dem Wasser rauszuwerfen... Und wenn die schon lange drinne waren... Dann Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen. So, allerdings bräuchte ich zuerst mal die gelben Pikmin. Mit ihren tollen Steinbomben. Die sie gerade liegen gelassen haben. Nein. Ähm... Das war jetzt mal ziemlich dumm. Gut. Ansonsten... Wenn es zeitlich nicht hinkommt, werde ich es einfach selbst mitnehmen. Naja, es scheint wohl so. Wo wollen die eigentlich hin? Hm, na gut. Komm mit. Oh. Ähm. Leute. Shit. Ah. Wow. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich doch vielleicht ein paar verloren habe. Eventuell mit dem Blauen schon zurückgehe. In das Zweite. Und in die Erste Welt. Könnte man ja machen. Ähm. Zurückgelassen. Null. Ha. Okay. Boah. Stehen die auf der Leitung. So. Jetzt Schnellfeuer und dann... Angriff. Reicht das? Oh, warum ging das eben so schnell? Autsch. Ich habe den Positronen-Generator gefunden. 19. 19? Wieso 19? Hatte ich nicht 30? Nein. 29. Achso. Ne, ich kann ja noch die roten benutzen. Ich habe... Nein. Äh. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Mitkommen alle. Äh, äh, äh. Bloß nicht am Gegner. Dann muss ich die jetzt halt so rausbringen. Oder? Äh. Ich hatte noch ein paar Blaue an der Hand, oder? Ja. Ähm. Heute werden ganz schön viele Pigment verheizt. Okay. So. Ich sehe den Tod. Und ich sehe... einen halbwegs gescheiterten Tag. So leicht klappt? Ach ja, er hat Honig gefunden. Hm. Toll. Okay. Hilf noch deinen Kumpanen. Nein. Okay. So geht es natürlich auch. Schon wieder Honig gefunden. Das ist ja ein blöder Gegner. Wow. Wow. Hilfe. Hilfe. Wah. Wah. Nein. Nicht schon wieder. Oh, da muss man echt aufpassen. Und... Das war's. Doch nicht. Wow. Verdammt. Toll. Und dann tot. Super. Aber vorher noch erstmal meine Pigment haben wollen. Interessant. So, was gibt's denn da? Ich habe den Omega-Stabilisator gewonnen. Ist absolut notwendig, damit mein Schiff korrekt geradeaus fliegt. Der Stabilisator hat mich durch so manche kosmische Stürme geleitet. Und er sieht absolut cool aus. Naja. So, ich hab noch 29 Pigment. Reicht das? Ha. Ha. 29. Hier könnte man noch aufmachen, aber so wichtig ist das nicht. Ah, lässt du... Lässt du Harry in Ruhe. Nein, Werther. Lass meine Pigment in Ruhe. Ha, ha, ha. Und der hat auch das Teil. Das war ja klar. Gut. Oh, das war ein Ei. Was ist da rausgeschlüpft? Ist da ein Teil drin? Nein, ist es nicht, aber... Das sieht echt scheiße aus. Äh. Mal ganz ehrlich. Giftig. Ja. Es ist giftig. Gut, da würde ich sagen, vermeiden wir einfach jeglichen Kontakt mit. Und ich hol mir mal den Frosch hier rüber. Hallo. Ein Bossgegner sein. Wo bist du? Was? Komische Musik? Äh. Ja, klar. Was? Hier bitte. Oh, wie? Wie war's? Was? Wie unfair ist das denn? Okay. Ich muss anscheinend... Ach, du Heilige. Okay. Hier werde ich nochmal Pigment holen müssen. Die müssen da oben an dieses Ding... Und... Auf. Alle sofort drauf. Ja. Hey, es funktioniert. Und? Na? Warum konnte er nochmal hochspringen? Oh, das hat wieder wehgetan. Super. Jetzt... Ich nach oben. Ähm. Picken wir wieder zurück. Hm. Und jetzt rüberwerfen. 15. Super. Okay. Das reicht. So, dann holen wir uns mal den Rest. Und hier ist einer. Wo sind die anderen? Hier war verstreut. Na, das ist eine gute Ablenkung. Ah, hier sind ganz viele. Okay. Und das letzte Mal hier auf diesem Screen. Wir machen jetzt endlich den letzten Versuch. Mit 393 roten, 119 gelben, 111 blauen Pigment. Dann in der letzten Area machen. So, ganz viele blauen, ganz viele rote, ganz viele rote und drei gelbe. Na, dann machen wir mal. Was ist das für eine Pflanze? Nein, das ist natürlich ein riesiges Monster. Der Großvater aller Marienkäfer-Gegner. Und der hat eine wahnsinnig große Zunge. Oh, jetzt geht der in den letzten Modus und springt ganz böse rum. Oh, da ist der Ausreißer. Ja, ja, hier wird nicht zugeschaut. Hier wird mitgemacht. Dabei sein ist alles. Hauptsache, er springt nicht mehr so ganz hoch. Weil das... Ja, genau das. Das kann einem echt alle Pigment kosten. Toll, ich habe noch vier. Vier Stück. Na gut, ich könnte hier aufmachen, das um Bomben zu holen. Aber das muss jetzt nicht sein. Ich hole lieber Pigment. Na. Na gut, haben sie noch ein bisschen Schaden gemacht. Nein. Okay, ich habe einen. Einer hat überlebt. Immerhin. Ähm, ja. Last Survivor. Und Olimar natürlich. Und wieder. Ah, ich muss meinen Pigment holen. Beschäftigt euch mit ihm. Ich brauche ja noch Pigment, die das letzte Teil zurückbringen. Ack, auf sich dem Ende zu lieben. Wir haben noch genug Zeit. Das passt noch. So, er bemerkt nicht. Noch nicht. Jetzt gleich aber. Und wieder so. Hm. Nein, bleib doch mal unten. Oh, 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 oh. Das war's. Ein Pigment hat gereicht. Zu töten. Endlich, endlich. Ich habe das letzte Teil gefunden. Den Geheimsafe. Ein Sparschwein. Und sein Inhalt ist ungerührt. Und ich bin froh, dass ich meine Suche und Hoffnung nie aufgegeben habe. Nun kann ich diesen Planeten ohne Reue verlassen, die ich noch kriegen konnte. An Tag 17. Yay. So, wir haben alles. Endlich habe ich jedes Teil vom Schiff gefunden. Nun kann ich nach Hockutate, meiner Heimat, zurückkehren. Yay. Alles wieder dran. Das Schiff funktioniert. Und Olima kann nach Hose. Ihr sich freut. Und da sind sie, unsere Freunde. Die kleinen Pigment verabschieden uns. Und schöne Musik. Oh, wie süß. Knuffige Viecher. Und in die andere Richtung. Yay. Synchron Pigment. Und Olima ist traurig. Und das Rauchschiff. Startet wieder. Und die Zwiebel. Oh, die Pigment greifen an. Sie haben gelernt, wie man sich verteidigt. In Masse. Yay. Olima hat die beigebracht zu überleben. Ja, das war das letzte Areal. Vorbei. Aus. Ich finde, das sieht aus wie ein Pokéball. Egal. Der Planet wird verlassen. Und... Öh. Zwiebel. Red, Lila. Türkis. Schwarz. Braun. Okay. Blau. Kenne. Grün. Ähm. Ja. Das Ende scheint, äh, noch vieles offen zu lassen. Wir haben nur drei Pigment-Arten gefunden. Anscheinend gibt es noch mehr. Und ab nach Hause. Mit einem vollkommen ausgestatteten Rauchschiff. Selbst ein Sparschwein ist an Bord. Und die Antenne hängt raus. Und die Antenne hängt raus.